Herzlich willkommen hier beim Rematch, Freunde. Das hier ist die zweite Runde. Wir haben letztes Mal verloren und genau aus dem Grund haben wir jetzt die Ehre zu entscheiden, wer anfängt. Ich würde sagen, Team Bauer darf diesmal den Start machen. Und wir holen das Ding verdammt nochmal nach Hause. Felix, Mann! Bist du bereit? Petrit, Alter! Auf geht's, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann, Petrit! Ja, Mann! Das ist Mini-Petrit, der Neue. Du bist nicht mehr Teil des Teams. Komm, raus! Wir holen das Ding! Wir holen das Ding! Ihr seid schlecht! Okay, aber Zeit ist um! Okay, Bau. Stehen alle Becher? Seien mehr schlecht als recht, oder? Wo ist mein Team? Kommt mal her, Jungs, komm mal her! Felix, Mann, was geht's? Mini-Petrit, Alter! Bist du bereit? Ja, Mann, ich bin dabei! Okay, okay, Jungs, was? Ich muss dazugehören, Mann! Die Runde startet! Jetzt! Starten! Ahhhh! Ja! Zehn Sekunden habt ihr nur noch, Leute. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Okay, Jungs, was habt ihr? Ich hab vier, was hast du? Ich hab drei, ich hab fünf. Geil, Mann, Petra, das sind zwölf Punkte. Respekt, Alter. Ja, jetzt gewöhn dich nicht dran, okay? Ja, ja. Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann. Okay, Jungs, wir sind mit Becheraufstellen dran. Wir werden dir den Becher so verstecken, dass wir den niemals finden werden, okay? Wir können doch schaffen, Jungs. Auf, 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 los, los. Okay, Freunde. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Gute Arbeit, Leute. Moment mal, müssen wir die nicht noch aufsammeln? Meine Zeit ist um. Wo sind eure Becher? Habt ihr? Ihr habt keine Becher gesammelt? Ja, gut, dann gibt's hier null Punkte für euch. Zwölf zu null, das wäre dann wahrscheinlich unsere Runde. Gut gemacht, macht weiter. Weiter, weiter. Ihr seht's hier, das ist Runde zwei. Wir sind auf jeden Fall bei Runde zwei. Wir sind jetzt bei Bauer zu Hause angekommen. Und ich würde sagen, jetzt ist deine Zeit, das Ding einzutöten. Das sind deine und das hier sind deine. Danke. Jungs, Folgendes. Ich hab da eben ein kleines Missgeschick gebaut. Und zwar hab ich eine neue Regel angeführt mit Jokern. Das ist leider ein bisschen nach hinten losgegangen. Was für Jokers? Hey, 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 hey. Warte mal, warte mal, warte mal. Team Rewi hat sich auch noch eine letzte kleine Regel ausgedacht. Und zwar viel wäre es mit ein paar Jokern. Ich meine, warum nicht? Hä, das war gar nicht so ausgemacht. Natürlich, wenn ich das so sage, dann machen wir das jetzt. Okay, dann ist unser Joker, dass ihr 30 Sekunden weniger habt. Ja, nein, du kannst nicht einfach hingehen und nicht. Was ist das? Das ist sauunf... Ja, jedes Team kriegt halt einen Joker, wie ihr gerade gesehen habt. Und das hat dann leider nicht ganz funktioniert. Wie dem auch sei, Becher verteilen und los geht's. Auf, kommt! Stop! Okay, das war weird. Die Zeit ist oben los, kommt her, kommt her. Alle Becher liegen lassen, herkommen, herkommen, herkommen. Okay, was habt ihr? Los, zeig her! Fünf, drei, zehn. 13 Becher, nicht schlecht. Viel Spaß mit dem Joker! Ja, egal, wir werden es trotzdem schaffen. Jungs, kommt her, kommt! Ja, egal. Hey, was? Was zum Teufel? 32 Sekunden. Wir haben einen Becher gefangen. Das ist doch nicht... Bist du selber schuld, wenn du alles in Slow-Mo machst? Das ist super unfair, Mann. Das ist... 32 Sekunden. Die ganze Zeit, das ist so weit. Das ist so weit. Da ist es nicht so weit. Ja, das ist so weit. Und es ist so weit. Das ist so weit. Das ist so weit. Ja, das ist so weit. Das ist so weit. Und ich habe jetzt. 1, 2, 3, los! Verteilen, Jungs, verteilen, verteilen, verteilen! Böcher, 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 Böcher! Überall, Böcher hin, überall, Böcher hin! Überall, überall, weg damit, weg damit, weg damit, weg damit! Oh, yes! Okay, Leute, wir haben einen Blaster, eine Minute und drei Leute. Hat jemand eine Strategie? Damit wir alle Farben gleichzeitig abschießen können, müssen wir den Blaster gleichzeitig betätigen. Das geht von den Regeln her nicht, John! Strategisch sinnvoll wäre es, den Blaster zu teilen und die Farben der Becher nacheinander abzuschießen. Und zwar gelb, rot, grün, blau, etc. Nein, zu langsam. Ich habe die ultimative Lösung. Wir werfen uns den Blaster einfach gegenseitig zu. Das geht am schnellsten. Okay, eure Zeit läuft. 3, 2, 1, go! Schieß, 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 schieß! Wir sollten den Blaster untereinander wechseln, wir springen nicht, wenn du eine Person in der Hand hast. Becher zu drehen. Oh, Treffen muss gelernt sein, was? Aus Gottes willen, da geht kein Schuss ins Schwarze, was? Lecherlich, oder? Lecherlich, oder? Lecherlich! Okay, eure Zeit ist um. Kommt her, kommt her! Zeigt, macht ihr Becher. Was habt ihr? Was habt ihr? 1, 2, 1, 2, Sechs Becher? Lächerlich, Alter. Junge, Junge, Junge. Das ist auf jeden Fall unsere Runde. Easy, easy. Was? Wir haben das mit einer Waffe. Ja, ja, ja. Keine schlechte Leistung, aber ich denke mal, das wird unsere Runde. Viel Erfolg von Becherpartei. Los, ihr seid dran. Kommt, kommt. Wir waren gehandicapt, Leute. Okay, Jungs, kommts, 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 wir holen das, wir holen das, eins, zwei, okay, okay, weiter, 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 Jungs. Wie viele habt ihr, wie viele habt ihr? Wie viele habt ihr, wie viele habt ihr, wie viele habt ihr, wie viele habt ihr? Zappel noch ein Becher, zappel noch ein Becher, kommt her, kommt her, schnell, 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 stopp, stopp, stopp. Achtundvölfte Sekunden, Jungs, wie viele habt ihr? Okay, 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 wir zählen mal durch. Zwei, vier, sechs, acht, zehn Becher, Jungs. Ja, Mann, das Ding geht an uns, das Ding geht an uns. Wir haben mal Glück gehabt, ne? Ja, wow, das ging bei uns, das Ding, letztes Mal ging an euch, also letztendlich haben wir ein Unentschieden. Ich hatte gedacht, dass du verlierst, krass. Egal. Glückwunsch, Bau, auf jeden Fall. Glückwunsch auch an deinem Team. Jungs, komm, wir sind fair, Handshake hier, Sport, meine Like. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich fand das eigentlich ziemlich krass. Leute, wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, schaut auf jeden Fall gerne bei Bauern im Kanal vorbei, da gibt es nämlich nochmal deren Perspektive zu sehen. Und ich würde sagen, das war's von diesen wunderschönen Videos, hat echt eine Menge Spaß gemacht. Danke an Nerv für die Kooperation und wir sind damit raus. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.